Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es mal ein Best of Ten von den nützlichsten Sachen, die ich bisher so in meiner Shakes and Fidget Laufbahn so rausgefunden habe. Viele von euch werden diese Sachen bestimmt schon wissen, viele von den Sachen habe ich bestimmt auch mal schon hier auf YouTube gezeigt, aber gebündelt in einem Video ist das denke ich mal für den einen oder anderen noch ganz nützlich und vielleicht ist da auch der ein oder andere Tipp für euch dabei, den ihr vielleicht auch noch gar nicht gewusst habt. Ansonsten, wenn euch das Video gefällt und euch das weiterhelfen konnte, lasst gerne Bewertung, Kommentar da über ein kostenloses Abo, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten, vorab gesagt, ist in dem Video viel drin, was auch in der SF-Taverne zu finden ist, also das Ganze ist auch in Zusammenarbeit mit denen mehr oder weniger entstanden, deswegen gehen da auf jeden Fall die Grüße raus an dem Discord-Server. Wenn ihr hier auf diesen Link klickt, dann kommt ihr zum offiziellen Shakes and Fidget Community Server und da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen, wenn ihr da auch vieles nützliches, nützliche Informationen bekommen wollt. Gut, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Ja, wir fangen mal an mit einem sehr gefragten Tool und zwar ist das das SF-Tools von MA21, was auch auf dem Discord-Server zu finden ist und zwar gibt es hier ein Feature, was häufig gefragt wird, wo ich auch viele Fragen bekomme, wie rechnest du dir deine Prozentchancen für die Dungeons aus, wie weißt du das immer so genau. Ja, und zwar gibt es hier unten einen Dungeon-Simulator und hier kann man einfach seinen Account eintragen, jetzt zum Beispiel mein W50-Account und das Ganze durchsimulieren. Ja, und dann stehen hier die Chancen, wie das hier, wie gerade so die Gegner stehen, ja, wie die Prozentchancen sind und das ist auf jeden Fall sehr nützlich, wie ihr das Ganze eintragen könnt, eure ganzen Account-Daten. Ihr geht einfach hier auf Statistik, ja, dann auf Files und dann geht ihr Import from Game. So, und dann ist hier euer Username, den müsst ihr eingeben, also jetzt bei mir zum Beispiel dortsa-at-w50.sfgame.net, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen internationalen Server eingebe, wenn ihr auf den deutschen Server spielt, dann .de und dann gebt ihr hier unten euer Passwort ein, so, dann geht ihr auf Continue und dann habt ihr den aktuellsten Stand von eurem Account, das müsst ihr jedes Mal machen und jedes Mal neu eingeben, wenn ihr die aktuellsten Statistiken haben wollt, ja, dann könnt ihr das durchsimulieren und dann zeigt er euch hier die besten Gewinnchancen. So, als nächstes kommen wir zu einem Punkt, der, denke ich mal, für den ein oder anderen von euch auch relativ interessant sein könnte und zwar kommen wir jetzt hier zum Greifendrachen und der Umweltprämie, ja, die, was das Ganze mit sich bringt und zwar seht ihr ja hier unten, bei mir sind es gerade 7,6 Millionen, der mir der Greif gibt und es gibt ein Limit und auch ein Cap, an dem das Ganze ankommt, alles ist ja gecappt hier in Shakespeare und das Gold halt eben auch und das Ganze ist auf 10 Millionen Gold gecappt, das heißt, wenn ihr eine bestimmte Stufe erreicht und diese Stufe ist 612, dann habt ihr das Maximale an den Greifendrachen-Umweltprämie herausgeholt und ja, das Ganze erreicht ihr ab Stufe 612. Das Ganze ist ja auch hier bei der Stadtwache auch, das geht ja auch bis zu 10 Millionen hoch und das Ganze ist hier auch bei der Umweltprämie, das geht auch bis 10 Millionen hoch. Das ist auf jeden Fall erreichbar ab Stufe 612. So, dann kommen wir als nächstes zu einer Taktik, die auch relativ unbekannt ist, die auch nicht sehr viele wissen, aber es ist tatsächlich so im Spiel vorhergesehen und auch, ja, es funktioniert auch so und zwar geht es um die Offizierstaktik in der Gilde, ja, falls ihr euch fragt, warum manche Gilden so viele Offiziere haben, das liegt einzig und alleine daran, da die ersten 25 Leute gezählt werden für das Gilden-Pad, ja, und dementsprechend auch die Stats von denen gezählt werden und ja, das ist natürlich sehr nützlich, da sucht man sich halt die stärksten Spieler heraus, denn auch wenn es geht natürlich nach einer Klasse, weil das Pad, was man auch sucht, hat auch nur eine bestimmte Klasse und je nachdem werden dann die Werte zusammengezählt und umso, ja, besser die Leute hier in den Top 25 sortiert sind, umso stärker wird das Pad, umso mehr Erfolgschancen habt ihr auch bei der Hydra und umso weiter kommt ihr hier auch voran. Zum Beispiel hier auf dem Server hier auf W27 machen wir das Ganze, hier sind wir immer so bei der 10- bis 11-köpfigen Hydra und der Server ist wirklich noch nicht sehr alt und auf meinem anderen Server, da machen wir das Ganze nicht, da sind wir jetzt gerade bei der 11-köpfigen Hydra, ja, und der Server ist schon, keine Ahnung, über 8 Jahre alt und, ja, der Server weiß ich jetzt gar nicht, der ist aber auf jeden Fall, glaube ich, nicht mal halb so alt oder vielleicht gerade mal halb so alt, also das auf jeden Fall auch sehr effizient. Als nächstes haben wir hier eine Gold- und Erfahrungskurve und das wird wahrscheinlich für vielen von euch schon, ja, denke ich mal, gängig oder geläufig sein. Es gibt eine Levelgrenze, ab denen die XP nicht mehr weiter zunimmt, sondern absinkt und das ist Stufe 393. Bis zu diesem Level steigt eure Erfahrung, ja, und ab da an sinkt eure Erfahrung, umso höher ihr im Level kommt. Im Gegensatz zur Gold-Kurve, die am Anfang relativ low ist, aber nachher im Late-Game umso höher steigt, ja. Hier unten sehen wir die Level und hier sehen wir auch die Erfahrung und das Gold pro Quest, so im Durchschnitt, ne. Ja, das steigt auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich krass nach oben, nachher ab Stufe 600 geht aber auch schon früher los auf jeden Fall. Das Cap ist relativ schnell erreicht, um das Ganze mal zu demonstrieren. Sehen wir das mal hier. Hier auf meinem Main, da haben wir eine Akademie von Stufe 20 und die produziert bei mir auf 584 123.077 Erfahrungen pro Stunde. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel auf meinem Bärserker, der 446 ist, ne, der hat dieselbe Akademie Stufe 20 und der produziert noch 369.579 pro Stunde und das hängt halt mit dem Level-Unterschied zusammen. Das heißt, die Erfahrung steigt bis Stufe 393 und danach sinkt sie pro Level immer weiter ab. Dafür steigt aber euer Gold ungemein nach oben. Als nächstes haben wir hier einen Screenshot, den ich persönlich sehr nützlich fand. Ja, viele von euch wissen natürlich, wie die einzelnen Klassen funktionieren, aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal alle Klassen aufgelistet und hier werde ich nicht weiter sehr krass ins Detail gehen. Wenn ihr euch davon einen Screenshot machen wollt und euch das Ganze genauer reinziehen wollt, dann macht das bitte. Ich fand das nur sehr interessant, das alles mal hier so schön übersichtlich aufgelistet zu sehen, wie so das Leben synergiert von den einzelnen Klassen, wie die Konter von den Klassen zu anderen Klassen ist, wie die Fähigkeiten sind von den Klassen und vor allen Dingen auch deren Rüstungswert hier alles gleich mit aufgelistet ist. Ziemlich interessant und ich denke mal auch eine gute Übersicht für alle Leute, die noch nicht ganz so über die einzelnen Klassen und deren Fähigkeiten und deren Stats Bescheid wissen. Was auch ziemlich oft gefragt wird, ist das Thema Pads und wie das Ganze am besten zu lösen ist, welche Pads man am besten füttert und welche Wege man am besten geht. Dazu habe ich natürlich auch einen Guide auf YouTube mal gemacht und da gibt es auch sehr viele verschiedene Guides. Wollte ich auf jeden Fall trotzdem mal mit in dieses Video mit einfließen lassen, um das Ganze ein bisschen vollständiger werden zu lassen. Und ja, hier haben wir die einzelnen Pads aufgelistet und hier sieht man auch die einzelnen Routen von den Pads und wie man diese Pads auch füttern sollte und auch darauf angepasst, ob ihr Pilzer seid oder Free-to-Play seid oder so ein Medium-Ding. Das kann man hier auch sich noch aussuchen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier bei den Schattenpads haben wir hier einen Weg, der für die Pilzer ziemlich attraktiv ist. Das heißt, man muss relativ viele Pilze in die Trice stecken, um halt auch diese Pads freischalten zu können. Dafür sind die Routen aber deutlich schneller, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Free-to-Play-Route nehmen würde. Dann hat man hier eine Medium-Variante, wo man halt bereit ist, vielleicht ein paar Pilze zu investieren in das dazugehörige Pad, um dies freizuschalten. Und man ist trotzdem immer noch relativ schnell unterwegs. Ansonsten haben wir hier auch eine Free-to-Play-Route am Start. Für die Leute, die halt gar keine Pilze investieren und auf Nummer sicher gehen wollen, die füttern so lange immer dieses Pad, bis sie dieses Pad besiegen und füttern dann dieses Pad so lange, bis dieses Pad freigeschaltet ist und füttern dann dieses Pad so lange, bis dieses Pad dann zum Schluss auch da ist. Und das gilt hier quasi für alle Elemente. Und es gibt nicht überall eine Free-to-Play, eine Medium- und eine Pilzer-Variante, weil bei manchen Routen zum Beispiel wie Erde gibt es auch nur einen fast bestimmten Weg. Das ist, ja, mit diesem Anfangs-Pad geht man entweder hier auf dieses oder auf Klopdiwop hier. Ich habe die Namen jetzt nicht alle im Kopf, deswegen tut mir das leid an der Stelle. Ja, bei manchen Sachen gibt es halt einfach Routen, zum Beispiel auch hier wie bei Wasser. Da geht man einfach diesen Weg, egal ob man Free-to-Play ist oder eben Pilzer ist, die sind halt einfach mit am effektivsten. Und es gibt auch so Wege, die man machen kann, die sind aber nicht zu empfehlen, weil dort so ein Pad halt auch gut und gerne mal 5000 Pilze, jetzt aber nur bei der Route hier, fressen kann, bis bevor man halt das gewisse Pad auch freischaltet, was man halt eben haben möchte. Deswegen ist das Ganze auch in mehreren Stufen unterteilt. Ja, als nächstes auch sehr interessant fand ich die Hexe und das Feature mit den Früchten. Irgendwann hat man ja seine Pads komplett durchgefüttert, das heißt, man stackt hier weiterhin die Früchte und kann mit denen quasi gar nichts anfangen, weil man alle Pads hier auf 200 gebracht hat. So, was passiert mit den Früchten? Die vergammeln hier im Inventar, aber bitte bewahrt diese Früchte auf, die können später sehr, sehr viel Gold wert sein und zwar könnt ihr diese natürlich später zur Hexe bringen und euch davon ein paar Tränke craften, wenn ihr das denn wollt. Dazu schmeißt ihr einfach 10 von diesen Früchten hier in den Topf rein. Ich führe das Ganze jetzt mal vor und dann spuckt die Hexe einen Trank aus. So, dieser Trank hat einen bestimmten Wert. Der Wert ist auch mit dem Level zusammenhängend, das heißt, umso höher hier ihr im Level seid, umso mehr habt ihr auch von dem Pot oder umso mehr Gold bringt euch der Pot. Deswegen bewahrt so viele Früchte auf wie möglich, denn hier die Tränke sind genau wie der Greif am Anfang auch gecappt auf 10 Millionen Gold pro Trank. Ja, und auch hier gibt es eine Levelgrenze, ab der ihr diese 10 Millionen Gold erreicht und diese Levelgrenze liegt bei Stufe 632. Ab diesem Level sind eure Tränke 10 Millionen Gold wert und bis dahin empfehle ich euch, diese Tränke auch aufzubewahren, um hier auch den vollen Nutzen rausziehen zu können. Als nächstes kommen wir zu den legendären Steinen, die wir auch hier jetzt gerade im Inventar oder besser gesagt in meinen Items drin sehen können. Und das wird auch oft gefragt, wie schaltet man überhaupt diese Steine frei und gibt es dort auch eine Berechnung, wie das Ganze zusammenhängt, wie die Fundchance ist von den legendären Steinen. Also zuerst mal gesagt, die legendären Steine, die schaltet ihr frei, indem ihr Sammelalbum-Einträge hier im Sammelalbum sammelt. So, das sind legendäre Gegenstände, die durch die legendären Dungeons findbar sind und umso mehr ihr an legendären Items im Sammelalbum hier drin zu stehen habt, umso höher ist auch die Fundchance von legendären Edelsteinen. Es kommen viermal im Jahr legendäre Dungeons, die sind temporär für 10 Tage da und in der Zeit habt ihr eben Zeit, diese legendären Sachen zu finden. Diese könnt ihr nur eintragen in euer Sammelalbum, indem ihr sie selbst findet. Das heißt, wenn ihr in die Ehrenhalle geht und dort die Gegner angreift, die legendäre Sachen haben, die werden euch dann nicht in euer Sammelalbum gutgeschrieben. Das heißt, ihr müsst die selbst finden. So, sobald ihr das erste legendäre Item gefunden habt, habt ihr quasi die Chance, in der Edelsteinmine legendäre Steine zu finden und umso mehr Item-Einträge ihr habt, umso höher ist auch die Erfolgschance. Da gibt es natürlich auch eine Kurve und das sieht wie folgt aus. Hier unten haben wir die legendären Items, die ihr bereits freigeschaltet habt und hier haben wir dann die Prozentchance, zu wie viel Prozent ihr dann die legendären Steine findet. Also am Anfang geht es noch auch relativ schnell und umso mehr Einträge ihr habt, umso weniger bekommt ihr quasi auch gutgeschrieben. Also am Anfang sammelt ihr am meisten Prozente und so sieht das Ganze aus. Ob das 100%ig so korrekt ist, weiß ich nicht, weil ansonsten gab Shakespeare wohl alle Daten bei allen möglichen Sachen raus oder man hat es selbst rausgefunden, bei den legendären Steinen ist man sich noch zumindest ein bisschen unsicher, ob das Ganze so stimmt, aber auf diese Kurve könnt ihr euch, denke ich mal, schon ganz gut verlassen und ich denke mal, das ist auch ein guter Mittelwert auf jeden Fall, wie so die Prozentchancen sind für eure legendären Steine. Als nächstes auch eine sehr häufig gefragte Thematik der Arena-Manager und wie opfert man am besten und wie geht man hier am besten vor, um möglichst gut Runen farmen zu können. Und zwar opfert ihr, wenn ihr den Arena-Manager ab Stufe 115 freigeschaltet habt, opfert ihr das erste Mal so roundabout bei 20 Runen. Das Ganze ist dann schon so mit am effektivsten und ab da an opfert ihr bis zu den ersten eine Million Runen, die ihr euch verdient habt, opfert ihr immer so bei der Hälfte, die ihr an Runen verdient habt. Das heißt, wenn ihr jetzt 20 Runen geopfert habt, dann opfert ihr jetzt das nächste Mal denn bei der Hälfte und das ist dann 10 Runen. So, dann habt ihr 30 Runen, dann opfert ihr das nächste Mal bei 15, das ist dann wieder die Hälfte und dann geht es umso weiter, umso höher. Das macht ihr bis zu den ersten eine Million Runen. Das ist ab da an denn die schnellste Taktik und ab einer Million Runen, dann habt ihr dann nachher auch bald die Toilette freigeschaltet und könnt diese auch tausendmal ausbauen, sodass sich das dann auch lohnt. Die Toilette ist das Gebäude, was am meisten Runen insgesamt bringt oder am meisten Geld einfließen lässt hier in den Arena-Manager. Deswegen ist das das wichtigste Gebäude. Und wenn ihr das das erste Mal auf tausend ausbauen könnt, ist das quasi euer Maßstab aller Dinge und ja, ab da an könnt ihr quasi immer opfern, wenn die Toilette einmal durchgelaufen ist. Ab da an könnt ihr, ja, was weiß ich, 15, 20 Mal, wie oft ihr das am Tag so schafft, opfern. Ja, lasst die Toilette einmal komplett durchlaufen, macht einen kompletten Durchgang im Arena-Manager und baut die Toilette auf tausend aus und wenn diese Toilette einmal durchgelaufen ist bis zum Ende, opfert ihr direkt wieder und lasst das Ganze, ja, baut das Ganze wieder aus bis zur tausender Grenze und ja, dann lasst ihr das wieder durchlaufen und opfert wieder, bis ihr dann den nächsten Breakpoint irgendwann erreicht habt bei der Toilette und ab da an könnt ihr bis zum Ende durchziehen und immer nach einem Toiletten-Cycle-Durchlauf könnt ihr hier opfern. Das ist die effektivste Taktik, um auch am meisten Runen in der kürzesten Zeit zu erfarmen. So, als nächstes kommen wir zu der berühmte, berüchtigten Teilschutztaktik, von denen ihr bestimmt schon mal was gehört haben solltet und zwar ist dies folgendermaßen bei der Festung ziemlich wichtig zu beachten, dass ihr eure Verteidigung nicht weiter ausbaut, denn ihr habt hier unten einen Teilschutz, der ist aktiv. Das heißt, ihr werdet immer angegriffen, aber die Gegner kommen nur an eure Ressourcen ran, die hier im Steinbruch und in der Holzförderhütte gerade produziert werden. Ja, also das können sie euch klauen, mehr werden sie euch nicht klauen können, weil der Teilschutz aktiv ist. Wenn der Teilschutz abgelaufen sein sollte, dann kommen die Gegner auch an eure großen Vorratslager hier oben ran und zwar an die Steine und Ressourcen, die ihr hier oben drin habt und dann wird es teuer. Dann wird es richtig teuer, dann werdet ihr richtig krass ausgeraubt und deswegen ist es nicht zu empfehlen, eure Verteidigung auszubauen, da diese, ja, natürlich das fördert, dass ihr seltener angegriffen werdet und wenn ihr dann aber mal angegriffen werdet, dann werdet ihr richtig über den Nuckel gezogen und verliert eure ganzen Ressourcen hier. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, es ist nützlich, dass ihr euch attraktiv macht zum Ziel, das heißt, ihr habt nichts zu verlieren, außer eure erwirtschafteten Ressourcen, die hier gerade in der Holzfällerhütte und im Steinbruch produziert werden und ihr könnt immer einen Soldaten auf alle anderen Leute losschicken und, ja, könnt quasi damit die Ressourcen von den anderen klauen, denn diese, ja, das berechnet sich nach dem Level der, ja, des Steinbruchs und der Holzfällerhütte, umso höher die sind, umso mehr Ressourcen bekommt ihr auch von Gegnern, ihr könnt euch zum Beispiel auch einen Teilschutz, ja, oder einen Festungspartner suchen, was, denke ich mal, auch schon der ein oder andere von euch gehört hat und wenn ihr diesen Partner habt, dann könnt ihr euch gegenseitig immer die Angriffe hin und her schicken, ihr verliert beide keine Ressourcen dadurch, weil ihr beide beim Gegenüber nur die Ressourcen aus euren Lagern von den Produktionsgebäuden abgreift, aber ihr bekommt noch den Bonus obendrauf, weil umso höher eure Produktionsgebäude sind, umso höher bekommt ihr auch den Bonus von den entsprechenden Ressourcengebäuden und von, ja, das ist eigentlich der ganze Sinn von der Teilschutz-Taktik, denn diesen Boni, den wollt ihr ausnutzen, um euch genug Ressourcen zu erfahren, außerdem dadurch bedingt, dass ihr keine Verteidigung ausbaut, braucht ihr auch nur einen Soldaten, um, ja, den Gegner zu besiegen, das heißt, ihr habt hier ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis von euren, ja, Ressourcen, das ist auf jeden Fall eine sehr nützliche Sache und deswegen baut auf jeden Fall nicht eure Verteidigung aus und, ja, macht euch auf jeden Fall attraktiv für andere Leute. Gut, das waren auf jeden Fall meine 10 nützlichen Tipps, die ihr befolgen könnt in Shakes & Fidget und, ja, ich wollte immer mal so einen großen Guide machen zu SF-Game, aber da das Game so umfangreich geworden ist, würde das Ganze wirklich den Rahmen sprengen und ich glaube, ein 1-Stunde-Video würde nicht reichen, um alles wirklich im Detail zu beleuchten hier in dem Spiel, wenn man wirklich richtig ins Detail reingehen will. Deswegen habe ich mich für so ein Best-of entschieden und man kann das Ganze auf jeden Fall wiederholen. Es gibt noch viel zu zeigen. Wir haben hier nicht mal die Unterwelt großartig thematisiert, deswegen gibt es hier sehr viele Dinge, auf die wir noch einzeln eingehen können. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wollt, dass wir noch so eine weitere Serie draus machen mit mehreren Teilen, mit anderen nützlichen Informationen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen, gebt dem Video hier einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daran kann ich sehen, ob euch das Ganze wirklich interessiert, ob wir das weitermachen wollen oder eben nicht. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Ganze gefallen. Ihr konntet vielleicht was mitnehmen, der ein oder andere da draußen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.